So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Rahms ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend, es ist wirklich Mittwoch, ich nehme das aktuell auf, gibt es auch die Raid-Stunde mit Kijurim. Wir haben gestern Raids für Zuschauer mit Kijurim gemacht. Wer da dabei war, war dabei. Wer nicht, der wird wahrscheinlich heute in den Stream kommen und mich eine Stunde lang nerven. Wie macht man mit? Lär mich ein. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du? Heute geht es um mich, ich freue mich schon auf eure Einladungen zur Kijurim. Vielleicht kann ich dann mein zweites Hunderter auch noch hochziehen. Ich werde auf jeden Fall eine Mega-Entwicklung anmachen, die die Bonbons boostet. So, jetzt aber nicht weiter schnacken. 18 Uhr, einladen, auf meinen Nacken. Also ich bezahle euch das nicht, aber trotzdem, wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Genaya und guckt euch mal diese Flut an an Glücks-Pokémon, die sie erhalten hat. Das ist ja unglaublich. Und was für Brocken da dabei sind. Ein 3.000er Aquana, ein 2.800er Flamara, 3.300. Garados, hier Labras, Gengar, Mammut, Tels, Nibuna. 3.700, Dragoran, 2.100, Despotar, 2.900, ein 96er, Kokowai. Einfach weggetradet, lucky geworden, bestimmt schlechter. Und ihr seht, hier geht es auch weiter. Machomai mit über 3.000, hier Corazon, Despotar, 3.8, 3.8, 3.7. Das sieht richtig brutal aus, sind auch trotzdem danach relativ gut geworden. Da war ein 98er, was danach immerhin noch ein 96er war. Das nimmt man mal mit. Hier geht es aber immer noch weiter, ganz viele Toggebi dabei. Und dann geht es immer noch weiter. Und dann, zack, kam der Bann. Ne, was ist der Hintergrund, äh, was ist die Hintergrund-Story zu dieser Geschichte? Ich habe auf dem Samyang-Account ja jetzt das Level 48 gehabt. Und musste für Level 49 natürlich 50 Glücks-Pokémon bekommen. 50 Glücks-Trades machen, das hat mir alles zu lange gedauert. Genaya hatte auf ihrem Account auch noch eine Aufgabe für den Level-Aufstieg. So haben wir ein bisschen getradet. Sie hatte leider keine alten Pokémon, aber der Samyang-Account hatte alte Pokémon. Manche davon sind von 2017, 2018 so in der Drehe. Und so habe ich einfach die meisten Level 40er Pokémon, die alt waren, getradet. Einfach so, das hat sehr gut geklappt. Fast alles ist lucky geworden. Jetzt hat der Samyang-Account natürlich keine Pokémon mehr. Mittlerweile hat er den Level-Aufstieg geschafft. Dankeschön an Genaya nochmal für ihre Mithilfe. Aber sie hat ja zwischendurch auch was davon gehabt. Und ihr Account hat jetzt ein paar andere Pokis. Dann haben wir hier Fanrate-Go-AMK. Die Medaille fehlt mir zum Glück noch. Erhalte 31 Tage Band. Tja, ich habe die schon bekommen, ne. Wird mir aber nicht im Inventar angezeigt. Bockwurst-King. Der hat mit Master Gossi getauscht. Die wussten nicht wie, haben sich am Misch gewonnen. Ich habe den Tausch für die beiden vollzogen. Shiny Viridium sollte getauscht werden. Und es ist bei ihm einfach ein 100% Glücks-Shiny-Viridium geworden. Sehr fett. Lenzart. Aha, der Rücken. Es wird interessanter. Jedes Mal, wenn er auf den Niantic Way-Fahrer-Seiten rumgeistert, zeigt es ihm komische Sachen an. Letztens war es der Damm. Jetzt ist es der Rücken. Das soll bestimmt heißen zurück. Dass man auf dem Fall zurückgeht zu der Seite davor oder so. Aber der Rücken. Dann ein Bild. Das habt ihr in den Fan-Chat gepostet. Mit einem Weihnachtsbaum im Pokémon-Design. Den fand ich voll übertrieben heftig. Wer das Aquarer findet, darf es behalten. Hat Sarina geschrieben. Habt ihr es gefunden? Ich mache es schnell weiter. Kabi Knusper bin ich Glücksfreund geworden. Dantro. 16 Raids. 0 Shiny. Frau bekommt direkt das Shiny beim ersten Raid. Und er dann trotzdem insgesamt aus 57 Raids 4 Shinies. Genug jetzt. Fahren zu den Eltern. Schönen Abend im Kreise deiner Lieben. Liebe Grüße. Grüße zurück. Schnitzelmann. Auch Glücksfreund geworden. Master Gossi. Durch Random-Tausch bekommen. 100% Glücks-Schneppke. Lohnt sich immer mal zu tauschen. Pfiere sich. 100% Aktilias. 1975. Den finde ich so genial. Den hätte ich auch gern. Den würde ich maxen. Dann bin ich mit Adi Glücksfreund geworden. Shinaya hat aus der nächsten Trade-Session sogar ein 100% Dragoran bekommen. Denn es haben noch ein paar gefehlt. Gestern Abend haben wir noch mal kurz getauscht. 100% Glücks-Tragoran. Von 2019. Aus Suhl. Danke Andy. Der Sumgang-Account. Und danke auch an den Rest. Bierschanga war ganz schlau. Die hat den Trick genutzt, dass ihr Kollege Nino wohl noch relativ alte Pokémon hat. Und noch nicht so viele Glücks-Pokémon auf seinem Account hat. Ne, warte mal. Sie hat ein altes 2017er Pokémon weggetradet. Er hat ihr das Shiny Qudum gegeben. Und einer von beiden hat auf jeden Fall noch keine 15 Glücks-Pokémon auf seinem Account. Und deswegen ist dieses auch ohne Glückstausch garantiert glücklich geworden. Und ist dabei sogar ein 100% geworden. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Schocker der Woche. War ein garantierter Glückstausch. Wäre eigentlich ein fettes Teil. Aber wir haben was anderes trotzdem noch dafür. Ich habe immer gesagt, ich kann das Feature gar nicht nutzen. Das ist Quatsch. Ich habe keine alten Pokémon. Wenn mir jemand was altes gibt, dass er mir also was gibt. Damit bei ihm das dann glücklich wird. Dann kann ich ja nur seine 2016er, 17er Pokémon aus der ersten Generation erhalten. Die bringen mir alle ja nichts. Aber er kann natürlich aktuelle Sachen nehmen. Hier war es zum Glück andersrum. Dass sie was altes hatte, was sie abgeben konnte. Um den Glückstausch zu triggern. Und das könnt ihr auch machen. 10 mal geht das. 15 mal geht es jetzt. Also wurde erhöht um 5. Aber ich glaube, da blickt eh keiner durch. Was ich da schon wieder gelesen habe. Wie, man kann nur 15 Glückstrades haben. Mehr nicht. Nein. Ihr könnt bei 100 Trades theoretisch 100 mal Glücks-Pokémon erhalten. Wenn ihr Glück habt. So. Mehr sagt dazu nicht. Dann hier Tivo auch ein Shiny aus den Raids bekommen. Shinaya. 100er Kobalium. Shiny Bumi. Shiny Zickzack. Shiny Seemobs. 100er Aquana aus Neues. Durch Tausch mit Aquana Girl erhalten. War vorher nämlich ein Evoli. Hat er das 100er... Hat er ein Evoli getauscht. Es ist 100 geworden. Dann hat sie es entwickelt. Und durch Zufall ist es dann ein Aquana geworden. Hier noch ein Oink. Eigentlich dürfen wir es gar nicht mit reinnehmen. Aber Oink fand ich cool. Und 1,8,7. Sie hat das dann direkt mal gemaxed auf 3,521. Beim Einkaufsbummel geklickert. Unter das Seemobs. War recht erfolgreich hier. Sechs Shinies von Actillas. Shinaya noch mit dem Krebskorps. Muss mich nur noch entscheiden, was es wird. Ein Shiny Evoli. Ein zweites Shiny Evoli aus der Spotlightstunde. Ein Petsneef Shiny. Dann hier noch ein Shiny Haspiro und Damia Plex. Shiny Arctip. Miku. Dann für Raider Mittwoch. Mit Shiny Arctip. Labras. Arctillas Schicky. Und einem hunderter Arctillas. Arctillas. Finde ich immer noch genial. Habe ich leider nicht. Tobias Jan. Hat jetzt auch hier seine Gallervögel. Fast vollständig. Fehlt nur noch das Lavat Boss. Pogahanda. Shiny Regeln mit Arctillas Schnepke. Arctip aus dem Abenteuer Rauch. Zickzacks aus dem Abenteuer Rauch. Nochmal Schnepke. Arctip. Smogon. Und dann hunderter Glaciola. Erlöstes Lilieb und Pandimos. Die Highlights habe ich hier nochmal markiert. Vor allem das Pandimos gefällt mir sehr gut. Hallo. 100% Evoli. Erfurt. 100% Felilu. Erlöst. So wie es ausschaut. Shiny Schnepke. 100% Sumpecs aus dem Glückstauscher halten. Die Kirsche auf der Sahnetorte oder die Pommes in meinem Magen. Hier dieses Pikachu. Sören. Vor Weihnachten noch geschafft hier dieses Slimehawk auf Best Buddy zu bringen. 100% Glücks mit einer Schleife auf dem Kopf. Sieht gut aus. Julchen gestern sehr gechillt mit ihrer Katze Jamie. Jamie Schatz. Alles Gute. So. Chefe24.de zeigt uns hier. Kusilla Shiny. Kusilla Shiny. Und Akteas Shiny. Sarina. Shiny Eboli Pikachu. Shiny Rabauls. Bonita Libiskus. Shiny Kryptomacholo. Und 100%. Taupsi. Und Pikachu. So. Markiert. Plus Nachzügler. Während des Streams gequestet. Den hatte ich noch nicht. Oder die. Den ist ja weiblich. Aber gut. Den. Den Rosana. So. Kaiser Kai. Endlich mal wieder was Gutes aus der Kampflieger. Belohnung. Shiny Onyx. Dann tolles Weihnachtsgeschenk für meine Schwester. 100%. Wulpix. Shiny Sango. Wieder für die Schwester. Luigi Sarada. Endlich. Ich versuche seit 2 Jahren den zu bekommen. 100er Kyle Riemen. Und dann gleich gemaxed auf 4041. Sander. Der Boss Max out Monday. Reiz dich in die Liste mit 100 Olegis ein. So. Sander. Hab ich. Xenias hab ich. Spider-Man. Spider-Man 3. Dialga hab ich. Äh. Was hab ich denn nicht? Ho-Oh hab ich nicht. Ho-Oh hab ich nicht. Alle anderen. Hab ich auch als Hunder da. Das heißt. Gib mir mal ein Ho-Oh. Wenn ich dich als Glücksfreund hab. Von dir möchte ich Ho-Ohs haben. Falls du noch welche hast. Ho-Oh. Heat. Ho-Yo. Ho-Yo Heat. Interessante Namen. Wir machen schnell weiter. So. Luigi Sarada auch noch. Auf der Suche nach Shiny Pikachu kam das raus. Damien Blacks mit Kostüm. Für die Statistik 2 aus 20 Raids. Also die Rate 1 zu 10 ist schon sehr gut gewählt. Bin im Regen rausgegangen. Wurde gleich mit einem 100er belohnt. Schmeckt. Psyrox. Hier. 100er. Seemox mit Schal. Back-to-Back Shinies die ich noch nicht hatte. Wigel und Schnäppke. Dann Yoda auch 100%. Aber Luke. Alle haben den als 100er bekommen. Ich nicht. Alexander Ahringer. Zweiter Rate gleich Shiny. Jurem. Glückwunsch. Endlich das Pikachu in Weihnachtskostüm in Shiny. Jages schon seitdem es dieses Kostüm gibt. Sieht ja auch toll aus mit diesem Pullover. Dann seine Raid-Day-Ausbeute. Er hat einen 100er bekommen. Er hat einen 67er bekommen. Also das wenigste was du aus dem Raid bekommen kannst. Theoretisch ist es ein Nuller. Ein Raid Nuller. Und ein Shiny. Also er hat alle drei Sachen abgecheckt. Reike. Abgeklappert. Abgehakt. Reike hier. 100er. Krabok. Silal. Botogel. Shiny. Yorclef. Shiny. Schnäppke. Shiny. Akteas. Shiny. Kusilla. 100er. Akteas. Es rastet komplett aus. Aber Shiny. Stern-Duo. 100. Lapras. Shiny. Elke. Die ersten Bilder sind von Kaisi der Erste. Und dann kommt Paula Emperor. Was haben wir hier bei Kaisi? 100er Trigefalo. 100er Duodino. Glücks. 100er Vivillon. Da möchte ich auch unbedingt ein 100er. Ich sammle schon fleißig, dass ich dann irgendwann mal mit XL1 mal 50 ziehen kann. Ich habe jeden Tag einen Encounter mit Pummel. Ich muss nur Geduld haben. Irgendwann ist das 100er schon dabei. Ist mir dann auch komplett egal, welche Farbe das hat. Hauptsache mal ein 100er dann zu maxen. Das wäre ein Ziel. 100er Krypto. Noctchan. Und ach du meine Schneeschieber. 100% Shiny Akteas. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht. So, dann Shiny Grillmark, Shiny Wulpix, Shiny Botogil, Shiny Petsneef, Shiny Qrim. Und dann sind wir jetzt glaube ich bei Elke, ihrem Account direkt angekommen mit 100er Pichu, 100er Sneebel, 100er Damierplex, Shiny Yorklef, Shiny Wulpix, Silvio. Das war wieder ein heftiges Durcheinander. Ich habe mal jetzt das schön geordnet. 100% Seemops, Aktiv, Galapafloss. Galapafloss auf jeden Fall mit am seltensten hier als 100er auf dieser Liste. Und Shinies, Kijurim, Kobalium, Aktivias, Petsneef, Agdebe, Neko, Semops, Schnepke, Bodogil, Knieke, zweimal Wulpix und was das Herz noch so begehrt. Dann hat er hier lauter, was ist das, lauter Pokemon-Figuren, aber warum ist dieses Blutzuck rosa, warum ist dieses Menki so braun, weil, ist das selbst gemacht, ja? Guck mal, das ist Gummitierchen zum Essen, nee, weiß ich nicht. Anders Figuren in einem Kalender. Oder ist es Knetmasse, selbst gebastelt? Oder sind das einfach Gummitierchen? Die sehen auf jeden Fall sehr merkwürdig aus, aber richtig cool. Benjamin, Kijurim Duo mit Drago Meteor. So, 16 Sekunden Restzeit. Kijurim, nix. Solo, Aktivias und direkt Shiny bekommen. 88 Sekunden Restzeit, Shiny mitgenommen aus dem Abenteuerrauch ein, entwickelt das Maromai. Shiny Kijurim auch noch am Start. Thomas Speck hier mit seinen Schneebedeck, Schnepke, Rexblieser, Frustetje, Fernando. Also das ganze Winterzeug ist auf einmal. Hunderte Krabbox mitgenommen, hunderte Aktivias mitgenommen. Jewel hat Kiegel mit Schnepke, Partyhut. Seht ihr gut, ja? NS, aus dem Ei gebrütet. Schneebedeck, das 100 Day hat mir noch gefehlt. Panzer Aeron, Shiny. Dann hier 100er Schnepke. Ist zwar schon ein Monat her, aber erst das Solo Read, direkt als Belohnung. Das 100er, das war bei diesem Ultra-Bisschen Read Day. Chabelle 100. Habe ich nicht, hat er, finde ich gut. Ja, sieht sehr elegant aus. Nochmal NS. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Pokémon, weil wenn ein Pokémon bei einem Event ganz neu in Sanihidi eingeführt wird, habe ich dann meistens kein Glück. Aber jetzt hatte ich mal Glück. Cutwinkel. Was sagt mir denn da? Auf jeden Fall Shiny dann. Ist zwar auch schon ein bisschen älter und zwar einen Monat, aber vielleicht kannst du es trotzdem mit reinnehmen. Hey, das war gar nicht lustig. Lunarstein, Shiny. Und das ist leider auch schon ein bisschen älter, aber ich hoffe, das macht nichts. Wie bei Bunny und die Tapete. Somnium, Shiny, auch mit rein. Ist aber schon entwickelt. Okay. Stami, 100. Julchen, zweites Hunderter mit Rückenschmerzen aus Rates für Zuschauer. Gestern Abend, oder? Danke. Bitte schön. Rückenschmerzen. Schnitzelmann, 100% Glaciola. Mit dem muss ich gucken, dass ich tausche aus dem... Ja, heute genau, Riolu. Cumulus. Snuppul. Shiny. Aktiv. Shiny. Flampion. Shiny. Der Spületren hatte Glück bei drei Rates. Hunderter Aktillas beim Kinghammer. Shiny Gladio hier. Shiny. Aktiv. Henry Herford. Gerade aus der Feldforschung bekommen. Hunderter. Krabox. Dann Mega Groundon. The Groudon. Sitting on the Bank. Hier ein Lavados und ein Zapdos in der Galar-Edition. Janina. Da steht leider kein Name bei den Bildern, deswegen muss ich so auf Screen. Hier nur hunderte Jorup und Sandan. Man sieht es aber trotzdem. Feuerwehrfra. Hier Shiny. Kobalium. Shiny. Das ist schon den Balou. Skalapa. 100%. Genau wie das den Balou ist. Seine Shiny-Ausbeute mit ganz viel Akteas. Und Aktiv aus der Rampe. Nicht Stunde. 100% Akteas. 100% Mammutel. 100% Rotzbär. Der Aliton. Der Papa. Shango. Auch zwei Akteas. Kobalium. Alles dabei. Hier unten noch ein Miridium. Plus 100er Siberio mit Schleife. Und das war's. Das war's. Das heißt, jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch face, nicht vom Adi Schatz, sondern von, guckt's euch mal an, dö, 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 Han, over, Han, over. So, habt ihr jetzt gesehen, um was es geht? Nö, ich kann euch nochmal die Beschreibung zeigen. Drei weibliche hintereinander, gefolgt von einem 100% Tobias Young. Wie viel brütet ihr? Habt ihr schon ein Molunk? Nicht gut. Habt ihr schon ein 100er Molunk? Nicht gut. Habt ihr schon ein Shiny? Ach, äh, ne, wahrscheinlich nicht. Habt ihr schon ein Weibchen? Okay. Gibt's ja Leute so mit zwei Weibchen und gibt's Leute mit zwei Hundertern. Aber einer mit drei Weibchen plus einem Hunderter, wovon ein Weibchen das Hunderter schon ist, das ist auf jeden Fall fett. Weibchen 609, Weibchen 616, Weibchen 641, weiblich 100%. Das alleine ist schon eigentlich mal Schocker der Woche gewesen, aber noch zwei Weibchen davor, das ist mega brutal, das ist heftig. Das ist der Twitter-Tobi. Tobi-Twitter, genau. Kennt ihr Tobi-Twitter? Schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten war's jetzt von meiner Seite aus. Das ist der Schocker der Woche. Tobi-Twitter mit dem weiblichen 100% Molunk und den zwei Schwestern, weil die kommen immer im Dreierpack. Denkt dran, heute Abend, Raidstunde, Raidmania. Ladet ein, Keilriemen. Ich nehm an, ich möchte raiden. Mal gucken, ob noch ein Shiny dabei ist oder ein Keilriemen. Bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Ramses.